Wenn ich doch nur wüsste, was ich Wolfgangs zu Weihnachten schenke. Tja, tja, na sag mal, hast du mir nicht neulich erst erzählt, dass sein Bart immer so kratzt? Mhm. Dann schenk ihm doch einen elektrischen Trockenrasierer. So einen, ähm, einen, na wie heißt er doch gleich, einen Bebo-Scheher. Vater ist jedenfalls sehr zufrieden damit. Ja, meine Damen, das könnte auch Ihre Weihnachtsüberraschung sein. Der Bebo-Scheher vom VEB Bergmann-Borsig. Selbst Vaters starker Bart ist eine Kleinigkeit für ihn. Oder aber denken Sie jetzt schon an den Sommer. Da gibt es den Bebo-Scheher Universal für Auto, Wassersport und Camping.